hallo und willkommen zu könig von deutschland und die heutige episode heißt ich habe endlich ein selfie stativhalter und das leben ist gut genau ein kurzes update zur heutigen episode heute ist der 10 juli und die letzten sechs monate in meinem leben waren besonders hart auf jeden fall corona geschuldet durch corona dann ein bisschen wie soll man sagen in die finanzielle schieflage geraten obwohl es als künstler sowieso schon schwer ist und körperlich war ich auch angeschlagen und durch corona und die finanzielle schieflage und den ganzen stress den man damit hatte emotionalen psychologischen und dass man keinen druck ablassen konnte war der druck besonders hoch und war eine schwere zeit und dazu sind noch dinge passiert die man so hätte nicht haben wollen und eigentlich war das ganze letzte halbe jahr nochmal ein immenser druck und ein zerschellen meiner selbst und wie auch in den letzten videos sehen könnt viel gesundheitliche dinge andererseits sitze ich heute ziemlich entspannt hier und ja gut vielleicht heißt dieses video druck formt diamanten wir tun jetzt so als ob ich habe auch am 11 mai das metall raus operieren lassen aus meinem schlüsselbein das ich letztes jahr gebrochen hatte und zwei wochen später habe ich dann noch mal neu gebrochen deswegen der rucksack verband jetzt ist sechs wochen her das hat die sache nicht einfacher gemacht ich war eingeschränkt konnte niemand sehen konnte kein sport machen konnte kein fahrrad fahren das heißt diese einsamkeit oder dinge wie irgendwo hinzufahren und frei zu sein waren dann dazu nicht möglich durch die ganzen dinge aber die mich sozusagen das letzte halbe jahr zerschellt haben habe ich mir zum beispiel bücher gekauft das eine buch hier heißt how not to die da geht es darum wie man sozusagen nicht stirbt von sage ich mal den 15 häufigsten sachen in denen man in der westlichen welt wahrscheinlich sterben kann herz lunge kopf oder tumore krebs alle arten diabetes hoher blutdruck leber sachen und das meiste findet natürlich durch stress und durch stress in unserem magen statt also sowohl durch emotionalen stress als auch durch stress auf euer system von innen und außen und dann habe ich mir letzten buch geholt das heißt love and survival dr dean ornish der wird in diesem buch auch genannt und der ist ein arzt der sich mit herz sachen beschäftigt hat aber in diesem buch geht es dann weniger um ernährung mehr um how good relationships can bring you health and well being und und diese ganze kanal wenn jemand zuguckt ist glaube ich dazu gebaut um ein gutes leben möglich zu machen wie natürlich alle youtuber die dann so self help zeug machen aber es soll eigentlich jetzt nicht irgendwas so sein dass ihr es euch anguckt und liked und subscribt und so sondern dieser kanal ist da für den fall dass ihr irgendwann hilfe braucht und ihr gibt es ein ins youtube und dann kommt die antwort hoffentlich schnell und dann wird da drin stehen eine warme gesunde mahlzeit wird euch heilen und rauchen saufen und zucker konsumieren weniger oder abstellen wird euch ein gutes leben ermöglichen und die letzten monate habe ich natürlich alles gemacht um den stress zu entfliehen und druck und schmerz und entfliehen hat eigentlich nur die sache verschlimmert weil man sich dadurch krankheitssymptome geschaffen hat ich habe dann diese krankheitssymptome alle gelöst zum glück bin ich schlau genug ich hatte auch keine andere wahl sonst hätte ich glaube ich einfach gekillt das klingt für manche jetzt übertrieben aber das ist es nicht und was ich noch rausgefunden habe ist ja also so gut unsere welt von außen aussieht und die ist es wirklich also wie gesagt jetzt heute geht es mir gut und das letzte halbe jahr ich hätte es gerne vermieden aber irgendwie bin ich jetzt auch dankbar für den ganzen druck und für die ganze scheiße durch die durch bin weil es hat mich zu einem besseren spieler gemacht ich vergleiche das ein bisschen mit zum beispiel magic the gathering oder tabletop oder ich weiß es nicht mit dem spiel mit einem spiel des lebens weil manchmal fängt man ein spiel an und man kommt da dazu und man hat keine ahnung wie das funktioniert und dann ist klar dass man eher verliert oder nicht so gut mitspielen kann und je mehr man spielt desto mehr man fehler macht und dem erster mehr man am ball bleibt desto besser wird man also man 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 fängt an die fehler schon von weitem zu sehen oder man merkt schon okay in die richtung geht jetzt nicht das braucht manchmal seine zeit und es bräuchte eigentlich diese zeit nicht wenn wir eine gute führung hätten gute lieder gute eltern manche von euch die gute eltern haben werden dieses video nie sehen leute die wahrscheinlich nicht so gute führung hatten werden dieses video gucken aber ich glaube unsere gesellschaft hat probleme und ich würde hoffen dass wir die erkennen und die grundursachen lösen und beheben und nie wieder machen und es sind mehrere dinge und ich glaube an diesem punkt möchte ich auch sagen dass ich hoffe diesen kanal noch die nächsten zehn bis zwanzig jahre oder für ewig weiter zu machen um immer sozusagen stimme zu sein für diese wahrheit und für diesen guten weg der niemanden vorenthalten werden sollte das hat was mit familie zu tun eltern kriegen kinder manchmal zu viele kinder manchmal vielleicht auch nur eins und dann arbeitet man vielleicht einen job der die rechnungen zahlt aber eigentlich so glücklich macht und auslaugt und es kann sein dass man das kompensiert durch essen und andere sachen und das führt eventuell zur ungesundheit und euer kind wird euch die ganze zeit irgendwelche sachen fragen und ihr werdet einfach zu fix und fertig sein um aufmerksamkeit aufmerksam diese antworten zu be diese fragen zu beantworten oder einfach ein gutes vorbild zu sein hoffentlich nicht aber so sehe ich gerade mehr im vermehrt in der mehrzahl unserer bevölkerung oder der westlichen welt oder vielleicht der ganzen welt vielleicht auch nicht vielleicht ich mich ein grund wie man gesund und lange lebt und sehr intelligent und energiereich lebt und wirklich das tut was man machen will ist indem man sich gut ernährt das scheint wohl so zu sein dass es weniger fleisch und weniger tierische produkte und wenige fertigprodukte in sein gesicht zu stopfen ich sage nicht dass man sich das vorenthalten soll manchmal tun diese dinge auch gut oder manchmal muss man auch abwechslung haben oder die tiät wechseln aber es scheint so dass tierische produkte und fertigprodukte no brainer eher niedrig gehalten werden sollten gleichzeitig wenn man dann eine vegane tiät macht kann es sein dass man sich von zu viel müsli und komische reismilch ernährt oder zu viel gekochtes und das kann dann zur feuchtigkeit oder wasserretention führen zu vielen nüsse das heißt wisst ihr wisst ihr was ich meine alles was man probiert und dann dogmatisch macht kann zu einem zu viel und zu wenig führen das heißt man sollte gucken dass man irgendwie so ein bisschen auf sein gefühl hört und gut geschult ist damit man weiß was man machen kann in manchen situationen aber wenn ihr fragen habt fragt des weiteren glaube ich wenn ich an meine schulzeit zurückdenken wo ich jetzt bin mal ganz abgesehen von der erziehung die teilweise sehr gut war und teilweise konnte man da nichts dafür aber wenn man überlegt wie das leben funktioniert oder schule wie wir sagen um die uhr zeit bist du da und manche sachen sind da sehr gut manche sachen finde ich sind sehr überholt und eher sogar schlecht einfach wie lernen funktioniert ich habe so viel ich sagte es immer noch aber wenn ich jetzt überleg ich habe irgendwann mal 60 euro ausgeben müssen an der weiterführenden schule für so einen rechner für matte und so viel zeit und geld nicht nur eingesteckt auch einfach aktiv verschwendet in meinem leben und in meiner lebenszeit für ganze studien studien fächer stunden die woche in denen man aufgestanden ist und überhaupt keinen bock gehabt hat und sich gezwungen hat durch das leben und dann das irgendwie ertränkt hat in zocken alkohol fressen pornografie oder anderen sachen das ist einfach extrem dummer schrott keiner braucht es und ich hoffe wir können es die zukunft abschaffen oder minimieren und was in diesem buch eben drin steht es und das ist auch eine wichtige sache ich merke manchmal ich habe so schiss zu sagen so ich weiß nicht komme manchmal so groß und mächtig vor und ich bin das auf jeden fall das ist keine arroganz das ist einfach wissen und gleichzeitig hat das wissen auch gekostet und die dinge die es mich dann gekostet hat sind die dinge die ich eben nicht habe und das kann lebenserfahrung sein oder geld oder dinge die andere leute als selbstverständlich ansehen um überhaupt zu leben und es ist okay jetzt bin ich sage ich mal zu meinem frieden gekommen dass die dinge die ich wissen wollte einfach etwas wert waren und dass sie etwas gekostet haben aber was ich überhaupt sagen wollte ist ich habe auch irgendwie festgestellt dass wenn man zum beispiel krank ist oder auch einen anderen weg geht oder weniger finanzielle mittel hat oder man sich entscheidet spät im leben sich noch mal aus zu kurieren seelisch und gesundheitlich oder später im leben noch mal einen neuen beruf zu ergreifen und dinge nicht ganz im lot sind dass man so im leben auf dem abstellgleis steht dass es niemand interessiert das ist einerseits okay weil jeder andere mensch versucht natürlich sein eigenes leben glücklich zu machen das ist manchmal schon schwer genug und andererseits sagt es auch sehr viel über unsere gesellschaft aus und wo wir uns hin entwickeln und das ist schönes smartphones zu haben und laptops und stative und digital uhren und tolle bücher die uns aufklärung geben aber dass wir sozial eigentlich eine soziale armut haben und das eine soziale armut und spirituelle armut zum verfallen der gesellschaft führt oder auch zu krankheit vielleicht auch nicht manchen geht es gut ich weiß nicht ich glaube dass die leute die sich mit manchen systemen dann abfinden oder intelligent dann wählen ich weiß nicht irgendwie stand hier sehr intelligent geschrieben das muss ich jetzt hier noch sagen ich habe das gefühl ich weiß nicht genau wo stand aber hier glaube ich manchmal entscheiden sich leute die denken sich einfach ich habe keinen bock auf dummen und anstrengenden scheiß ich habe ja gesehen wie leute gelitten haben und dann nehmen die was und leben das und damit kann man sehr zufrieden sein aber das ist nicht die authentische figur die ihr wirklich seid und ich weiß jetzt nicht ob es das 100 prozent immer braucht es gibt so viele leute die sagen follow your purpose und alles wird gut das glaube ich ist nicht 100 prozent der fall dinge sind nicht garantiert und dann ist es schon gut eine gewisse sicherheit zu haben und dinge intelligent zu machen aber ich glaube manche leute habe ich das gefühl ist es jetzt nur meine persönliche meinung sind einfach übel fucking großkotzig wenn es darauf ankommt oh ja ich habe mir etwas ausgesucht und das ist jetzt so viel cooler als deins und gucke ich habe geld und ein auto und ein haus und eine frau und ein kind und ich hoffe dass es auch hebt und wirklich für euch taugt wirklich weil alles andere ist scheiße aber manchmal ist es auch nur eine fucking fassade die man aufbaut und ja das weiß man nicht jeder probiert natürlich das beste ich probiere das beste ihr probiert das beste ich glaube einfach nur eine fassade aufzubauen ist nicht so gut und ich weiß man probiert es weil der mangel entsteht schon in eurer kindheit was weiß ich also ich glaube nicht dass meine mutter die zeit oder die energie hatte oder das verständnis mich zu sehen so wie ich bin und was ich brauche das ist natürlich dem geschuldet wie wir leben und wie familie momentan funktioniert das hat vor und nachteile aber wenn ihr sage ich mal eltern habt die gestresst sind und die selber nicht genau wissen wie sie im leben vorankommen ja habt ihr pech gehabt dann seid ihr so mit denen in einem boot und wenn ihr dann in der schule seid und in der schule nicht gesehen werdet für das was ihr wirklich könnt und seid und der wert liegt in dieser welt natürlich auf anderen dingen momentan werdet arzt damit ihr jeden patienten pillen verschreiben könnt und fünf minuten so in dauer schleife die abhandeln könnt und statt wahre wurzeln zu heilen nur die symptome kuriert damit euer apparat läuft und ihr euch selber und eure schwestern zahlen könnt ja werdet arzt werdet ingenieur damit ihr coole dinge bauen könnt aber der wert ist auf jeden fall auf höher breiter schneller weiter in die galaxie und das ist ja auch cool so aber solche prozesse wenn man nach oben hinaus will sollten auch immer wurzeln haben und zwar wurzeln in der menschlichkeit und irgendwie dass man anderen leuten nichts dummes antut was man selber nicht haben will und dass man manchmal auch vielleicht zeit hat den leuten zuzuhören das heißt nicht dass ihr irgendein bückstück seid oder euch für andere leute aufopfert oder dass ich das cool finde das finde ich überhaupt nicht cool aber dass ihr irgendwie probiert probiert ein mensch zu werden und zu sein und dass ihr versucht irgendwas gutes zu geben insofern das möglich ist genau so viel dazu das heißt das leben ist gut mein selfiestativ weil die handys einfach größer geworden sind funktioniert sehr gut das ist so ein ding was man nach oben und nach unten drehen kann tatsächlich habe ich es für ein 10er bei amazon bestellt und es kam geöffnet aber es funktioniert sehr gut ich habe auch schon eine schramme reingehauen in dem ich es probiert habe auf mein stativ zu klatschen aber ja so ist das leben manchmal kriegt man schrammen manchmal geht man an den sack aber solange ihr am leben und an der liebe festhaltet hoffe ich dass es weitergeht und gute dinge passieren also bis bald